Liebe Freundinnen und Freunde, die neue Bundesregierung hat direkt zu Beginn ihrer Amtszeit eine unendlich schwierige Herausforderung auf den Tisch bekommen. Niemand kann erwarten, dass da sofort alles glatt läuft. Dennoch ist das Verhalten der Bundesregierung und insbesondere des Bundeskanzlers in den letzten Wochen schon bemerkenswert. Nachdem Deutschland mit Nord Stream 2 über Jahre systematisch die Voraussetzungen für diesen Krieg geschaffen hat, vor denen uns nicht nur die Ukraine, sondern auch unsere Partner in ganz Europa und in den Vereinigten Staaten über Jahre vergeblich gewarnt haben, steht Deutschland in einer besonderen Verantwortung gegenüber der Ukraine. Das, was wir da zu sehen bekommen, ist beschämend. Meine Generation hat ihr ganzes Leben lang das nie wieder eingetrichtert bekommen. Dass insbesondere Politiker älterer Generationen wie ein Mantra vor sich her tragen. Wir haben es verinnerlicht. Wir glauben daran. Und deshalb ist der Ukraine-Krieg auch ein Charaktertest für all die Politiker, die uns das immer erzählen. Denn heute haben wir wieder die Situation, dass ein Faschist mitten in Europa einen Völkermord begeht. Meine Generation schaut sich ganz genau an, wie die Politiker darauf reagieren und welchen Politikern man zukünftig überhaupt noch irgendwas glauben kann. Das gilt natürlich ganz besonders für die SPD, die immer viel von kein Fußbreit dem Faschismus redet. Doch nun drohen da einzelne Parteivertreter mit einer echten faschistischen Bedrohung viel zu zurückhaltend zu reagieren. Herr Bundeskanzler, bei seiner Rede gegen das Ermächtigungsgesetz hat der SPD-Fraktionsvorsitzende Otto Wels gesagt, Freiheit und Leben kann man uns nehmen, aber nicht die Ehre. Herr Scholz, retten Sie die Ehre der SPD. Zeigen Sie Führung und stellen Sie sich endlich mit allem, was Sie haben, gegen den Faschisten Putin entgegen. Wenn wir als Land wirklich so abgestumpft sind, dass uns die tausenden ermordeten Zivilisten, der Einsatz von massenhaften Vergewaltigungen an Frauen und Kindern als Kriegswaffe, der Einsatz von geächteten Kampfmitteln und die mitgebrachten mobilen Krematorien, die zur Säuberung nach der erfolgreichen Besatzung gedacht waren. Wenn uns das alles kalt lässt, weil wir das Mindestmaß an menschlicher Empathie nicht aufbringen können, dann vielleicht der folgende Gedanke nicht. Wir sind die Nächsten. Die Argumente, die Putins Propaganda als Kriegsgrund in die Ukraine anführt, führt sie auch gegen Lettland, Estland und Litauen ins Feld. EU-Staaten, NATO-Staaten. Niemand hat mehr den Luxus zu glauben, dass Appeasement funktioniert oder Russland mit Gebietsgewinnen in der Ukraine und der Republik Moldau zufriedenzustellen wäre. Wenn wir uns Putin jetzt nicht in den Weg stellen, stellt sich morgen die Frage nicht mehr, wie weit wir gehen wollen. Denn dann geht es um unser eigenes Überleben. Unsere Freiheit wird nicht symbolisch am Donbass verteidigt, weil die Ukraine dafür kämpft, unsere Werte leben zu dürfen, sondern auch ganz buchstäblich. Lassen wir sie dabei nicht alleine. Slava Ukraini! Applaus